Hurra, die Gier und die Euphorie ist wieder da an der Wall Street. Kaufen, kaufen, kaufen. Wir sehen neue Allzeithochs beim S&P 500, beim Dow Jones und jetzt auch beim Nasdaq. Und es herrscht FOMO, Fear of Missing Out, die Angst etwas zu verpassen. Heute ein geradezu spektakuläres Allzeithoch auch bei Tesla. Also es kann nichts mehr schief gehen, es ist die Gier da, die Euphorie da. Und wenn ich das ganz kurz einschalten darf, meine Damen und Herren, Fear of Missing Out heißt ja, die Angst etwas zu verpassen. Und ich mache Ihnen jetzt mal Angst etwas zu verpassen, nämlich folgendes. Da sehen wir die kostenfreie Online-Konferenz, die für Anleger und Investoren am 19. November stattfindet, Start 10 Uhr. Da können Sie sich kostenlos und unverbindlich anmelden, dann bekommen Sie einen Link zugeschickt. Und selbst wenn Sie an diesem Tag nicht können, nämlich diesen Freitag, den 19. November, dann können Sie sich das Ganze später nochmal anschauen. Wer ist dabei bei dieser Konferenz? Dirk Müller ist dabei, bekannt als Mr. Dax. Dann der wunderbare Christian Rieck. Bin ein großer Fan von ihm. Viele von Ihnen werden ihn wahrscheinlich kennen. Wer ist noch dabei? Da ist Heavy Traders dabei. Giovanni Ciccivelli, den ich auch schon sehr lange kenne. Ebenso wie den super sympathischen und netten Rüdiger Born, Marc Friedrich, auch ein alter Weggefährte, Tim Gabel. Den kenne ich nicht, aber den werde ich kennenlernen. Freue mich schon drauf. Und wir haben dann den Block Trainer aus dem Krypto-Bereich, Trading Freaks, finanzielle Fitness und dann so einen ganz komischen Typen, so einen Glatzkopf, so einen hässlichen, so einer, der ständig über Tesla meckert, über Cathie Wood, der irgendwie Panik verbreitet in Sachen Energiekrise. Also den sollten Sie auf gar keinen Fall sich anschauen, meine Damen und Herren. Da möchte ich Sie mal richtig warnen. Der heißt Markus Fugmann. Okay, und der wird sprechen über Profi-Informationen, wie man die kostenlos bekommen kann, wie er seine unsäglichen Videos vorbereitet, wie man sehr schnell einen Überblick über das haben kann, was da der Fall ist. All das am 19. November. Also Sie können sich alles anschauen, aber den Fugmann bitte. Das lassen Sie weg, weil sonst sind Sie nicht gierig, sonst sind Sie nicht euphorisch, sonst werden Sie nicht kaufen, denn Aktienmärkte steigen immer. Das wissen wir doch und das wäre doch richtig schade. Aber kommen wir zurück, meine Damen und Herren, zu dem, was hier heute der Fall ist, was sich abzeichnet. Wir haben jetzt den 4-and-Greed-Index bei 76. Wir haben das Verhältnis zwischen dem S&P und dem WIX, dem WIX zum S&P, also die WIX S&P Ratio. Die ist jetzt auf dem tiefsten Stand ever, sogar tiefer als im Jahr 2018, als ja auch überhaupt keine Angst im Markt war. Also es kann nicht schief gehen, es ist alles super, es ist alles fantastisch. Stalks always go up, meine Damen und Herren, es wird nie enden. Wir haben eine sehr günstige Bewertung hier, das Schiller KGV, also das inflationsbereinigte Kursgewinnverhältnis der letzten 10 Jahre. Das ist ein guter Maßstab, um mal übergeordnet zu beurteilen, wie teuer sind Aktienmärkte oder wie sportlich sind sie bepreist. Jetzt haben wir noch einen kleinen Weg vor uns, den werden wir sicherlich noch erreichen, bis zum Hoch, das wir damals gesehen haben in der Finanzkrise oder kurz vor der Finanzkrise. Also mit den Daumen tieren, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben noch Platz. Wir sind auch nur leicht jetzt über dem Dotcom-Niveau. Und was all das auf den Punkt bringt, ist Tesla. Tesla ist heute zwischenzeitlich mehr gestiegen als Twitter an der Börse wert, ist gestern ja mehr gestiegen, mehr an Marktkapitalisierung gewonnen als General Motors und vor Ort gemeinsam auf die Waage bringen. Also es ging weiter, die Aktie fast auf 1100 Dollar gestiegen, aber dann plötzlich die Drehung ins Negative. Aber das wird sich sicherlich bald wieder nach oben korrigieren. Jetzt gucken wir uns mal die Marktkapitalisierung an. Rechts Tesla, links die anderen 14 größten Autobauer der Welt. Völlig verdient, meine Damen und Herren, dass Tesla so einen Anteil an diesem Markt hat, gar keine Frage. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, Auslöser war ja gestern die Meldung, dass Herz der Autovermieter jetzt 100.000 Tesla-Fahrzeuge hier wohl bestellen will. Merkwürdig, dass es da keinerlei Preisnachlass gibt. Also ich würde das nicht machen bei niemandem. Wenn ich jetzt jemand bin, der wirklich große Volumina bestellt, und so ist das in der Wirtschaft ja üblich, dann werden Rabatte gegeben. Das ist überall so. Warum passiert das hier nicht? Waren die so scharf auf die Tesla-Fahrzeuge? Oder was ist da los? Finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber Elon Musk hat es selbst gesagt. Ja, also wir haben da keinen Rabatt gegeben und das haben wir nicht nötig, gell, meine Damen und Herren. Jetzt gucken wir uns mal Tesla an. Wir haben einen Umsatzanstieg in den letzten zwei Jahren von 91 Prozent. Sportlich, Respekt Elon, das hast du gut gemacht. Der Aktienpreis aber hat sich um 1500 Prozent gesteigert. Also irgendwie Faktor 15 im Vergleich zu den Umsätzen. Aber das ist normal, das gehört sich so. Und jetzt schauen wir auch mal auf die Price-to-Sales-Ratio. Also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz ist von 2,4 auf über 25 gestiegen. Jetzt ist völlig normal. Heutzutage ist es halt so. Diesmal ist alles anders. Ich habe da einen Artikel geschrieben, wo ich versuche mal zu erklären, warum die Tesla-Aktie explodiert. Das hat viel zu tun mit dem sogenannten Gamma-Squeeze. Also mit Schieflagen am Optionsmarkt, mit den Handelsnotwendigkeiten, die Market Maker, die solche Optionen verkaufen, mit denen die konfrontiert sind. Die müssen dann teilweise mitgehen, müssen die Aktie kaufen. Dazu später gleich nochmal mehr. Also das ist also jetzt die Situation. Und wenn wir schon von Elon Musk sprechen, dann müssen wir auch von Cathy Wood sprechen, meine Damen und Herren. Die hat ja Tesla im Depot und das ist derzeit ihr Glück, denn insgesamt ist ihr ARK Innovation nach wie vor im Minus für dieses Jahr. Und jetzt würden wir mal Tesla abziehen, mit der sie ja natürlich dick im Plus ist. Dann wäre das alles jetzt nicht so super erfreulich. Aber die gute Cathy, meine zwei beste Freundinnen bekanntermaßen, hat jetzt nochmal einen Tweet rausgehauen, wo sie also diese ganze Inflation, ja, das ist ja zu kurzfristig, gell, aber sonst haben wir übergewordene total deflationäre Verhältnisse. Karl Quintanil, da sagt sie ja, Cathy isn't done talking about deflation. Also sie wird nie fertig hier über Deflation zu sprechen. Da können wir in der Hyperinflation sein. Und dann würde die Sachen, also nach meiner Auffassung ist das deflationär, gell, sieht sie nicht, wie die Preise fallen. Nein, jetzt sagt sie hier, ja, aufgrund eben dieser unglaublichen Dinge wie künstliche Intelligenz, Energie, Energy Storage, Robotik, genomische Sequenzierung, Blockchain-Technologie wird all das dann sofort sich umdrehen. Good luck with that. Aber ihre meist unprofitablen Tech-Unternehmen, die sie da in einem Portfolio hat, die brauchen niedrige Zinsen, die brauchen billiges Geld. Denn da darf keine Inflation sein, auf die die Notenmarken dann möglicherweise mit Zinsanhebungen agieren. Denn das ist schlecht für diese Werte. Jetzt hat ein Kommentator bei Finanzmarktwelt, der meine Kritik oder sagen wir mal vorsichtige Hinterfragung der Bewertung von Tesla irgendwie total ablehnt und total genervt ist, hat gesagt, also Fugmann, schau dir jetzt bitte mal folgendes Video an. Das ist von Dr. Peromicic. Also da wirst du dann endlich verstehen, worum es geht. Warum Tesla überhaupt und Elektroautos und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich habe nichts gegen Elektroautos, aber ich bin nicht felsenfest davon überzeugt, dass damit alle Probleme gelöst werden. Jedenfalls der Peromicic, der hat ein wunderbares Video gemacht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Da hat er zum Beispiel gesagt, ja, 1000 Kilometer Reichweite werden die Batterien bald haben. Echt? Seit Jahren sind die Batterien nicht wirklich besser geworden in Sachen Reichweite. Und vor allem je mehr Reichweite man erzielen will, umso größer muss man die Batterie bauen. Das wiederum verschlechtert eigentlich die CO2-Bilanz. Das heißt, mehr sehr, sehr schädliche Emissionen, mehr extrem giftige Rohstoffe, die da abgebaut werden, etc. Also bisher ist der Sprung in diesen Batterien relativ gering, maximal zuverlässig, hohe Unfallsicherheit, hohe Brandsicherheit. Genau, das merkt man vor allem dann, wenn die Dinger in Brand geraten, wie brandsicher das ist. Die Feuerwehr kann das ja nicht mit Wasser löschen. Das funktioniert eben da nicht. Da muss man andere Methoden anwenden. Mehr Fahrfreude, das kann ich gut verstehen. Also da ist eine gewisse Emotionalität. Man kann ja extrem schnell beschleunigen mit diesen E-Fahrzeugen und so weiter. Rohstoffe für Jahrzehnte, kaum kritische Rohstoffe. Echt? Das wäre mir jetzt neu, gell? Also da ist alles super sauber. Hauptsache es ist nicht bei uns, gell? Also das ist schon wirklich ein krasses Video gewesen. Ich habe dem Herrn geantwortet. Also sowas habe ich ja noch nie erlebt. Das wäre ja so, oder das klang so wie ein Lobbyist, der hier praktische E-Fahrzeuge hier pusht. Dieser Piero Micic ist ein Zukunftsberater. Also der ist ein Unternehmensberater für Zukunftsfragen. Und dann hat er Nachteile aufgelistet. Aber die hat er dann gleich widerlegt. Ja, zum Beispiel glaubelt an die Vorteile. Nicht Autoindustrie schützen. Innovation bei Verbrennern. Sagt er, welche Innovation? Wasserstoff ist in Zukunft. Sagt er, stimmt nicht. Kann ja auch sein, dass es nicht stimmt. Jedenfalls sagt er, 2030 werden fast ausschließlich nur noch E-Fahrzeuge gekauft. Und da würde ich nicht dagegen wetten. Er hat eine Wette angeboten. Der wäre ich sogar bei ihm. Denn das ist einfach politisch gewollt. Da geht kein Weg dran vorbei. So wie die Dinge jetzt liegen. Also ich will die Elektromobilität nicht komplett ablehnen. Und Tesla eigentlich auch nicht. Denn die haben schon teilweise ganz coole Geschichten. Aber es geht hier einfach um die Relation. Das sind immer so Heilserwartungen. Und dieser Piero Micic, der scheint manche Heilserwartungen zu treffen. Das ist eben so. Manche gehen in die Kirche gerne, um ihre Glaubenswahrheit bestätigt zu bekommen. Ich bin Agnostiker. Ich will wissen, was wirklich passiert ist. Statt eben hier dem Imame zuzuhören. Schauen wir uns mal weiter an, wie es mit der Autoindustrie aussieht. Die hat jetzt nämlich die Lobby dieser Autoindustrie hat gewarnt. Achea mit Namen. Dass man wohl in 2022 signifikant weniger herstellen kann, als Nachfrage am Markt ist. Was bedeutet das? Dass die Preise steigen. Und die steigen auch deswegen, weil Aluminium derzeit immer knapper wird. Die Vorräte gehen jetzt bald zu Ende. Der Produzent Norskydro, ein norwegisches Unternehmen, hat jetzt gesagt, Also das haben wir noch nie erlebt, dass wir so enge Produktionskapazitäten jetzt haben werden. Oder so wenig Aluminium haben werden. Das haben wir noch nie erlebt seit 1987. Und hier mal Google suchen in Sachen Supply Chain, Disruption, Backlog Composite. Also Lieferkettenprobleme, Materialmangel, alles ist dabei. Und jetzt haben wir auch in Deutschland etwa die Situation, Papier wird knapp. Einige Verlage sagen, also wir können möglicherweise die komplette Auflage gar nicht mehr fertig drucken, weil zu wenig Papier da ist. Das wird Verpackungen betreffen. Wir sehen, dass Kaffee, Gemüse, Nudeln, Lebensmittel werden deutlich teurer. Thorsten Pollert schiebt das auf die fortgesetzte Geldmengenvermehrung der EZB. Das ist eine Voraussetzung, aber nicht, also das ist eine notwendige Voraussetzung und auch nicht ganz hinreichend. Da müssen eben dann noch andere Faktoren kommen. Aber die sind jetzt eben zusammengekommen. Eigentlich der perfekte Sturm. Gucken Sie mal hier, spanische Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat 23,6% zum Vormonat, auch fast zweistellig gestiegen. Bums, das war deutlich weniger erwartet. Das sind absolute Horrorzahlen. Wir sehen, dass in den USA die Inflationserwartungen, die eingepreist sind in den Fed-Funds, die sind jetzt so hoch wie seit 2006 nicht mehr. Aber wo waren die Zinsen im Jahr 2006? Die waren bei 5%. Jetzt sind wir bekanntlich bei 0%. Also da ist schon ein gewisser Unterschied. Wir sehen, dass weiter die Inflationserwartungen deutlich steigen. Wenn ich hier dieses 0 rufe, dann kennen Sie das vielleicht aus dem Fußballstadion. Wenn dann die Heimmannschaft ein Tor schießt, dann wird gesagt, beim Gegner 0, obwohl der vielleicht sogar ein oder zwei Tore geschossen hat. Keine Ahnung. Aber keine Tore geschossen hat, so wie es aussieht. Die US-Nutenbank-Fed. Hier Andreas Larsson, Steno Larsson mit einer sogenannten Victory Lab, also mit einer Art Siegesrunde, denn noch der hat die Bank für die erarbeitet. Die hat frühzeitig gesagt, das wird nichts Transitori. Und er sagt, er kann sich erinnern, als die Transitionistas, also die Anhänger der Transitori-Theorie, der vorübergehenden Inflationstheorie, als die gelacht haben. Und Jerome Paul hat auch gelacht. Wir erinnern uns noch, Jackson Hole, als er da im September die Rede gehalten hat. Sehr selbstbewusst, sehr sicher. Und jetzt sehen wir so, ob es langsam, nichts mehr reden von Transitori. Die Christine Lagarde, die ist schon total entsetzt. Und der Cheromi, der merkt jetzt auch, ui, das könnte kritisch werden. Und es ist eben auch vielleicht ein Problem für die Märkte, denn bisher war es ja immer so, der Glaube an die Notenbanken und die Liquidität der Notenbanken haben alles wegkaschiert, was vielleicht jetzt nicht so schön war. Aber wenn die Notenbanken jetzt eben machtlos sind, weil Gelddruck nichts mehr hilft, dann dürften vielleicht auch irgendwann die Märkte auf die Idee kommen, wenn die Notenbanken nicht mehr helfen können, wer soll dann helfen? Und dann könnte es ein bisschen lustig werden. Ja, hier zum Beispiel natürlich jetzt die Situation. All das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, Preise schießen durch die Decke. Wir haben Aktienmärkte auf Allzeit hoch, Hauspreise auf Allzeit hoch. Heute wieder neue Rekorde bei den Daten, die wir heute gesehen haben. Kryptomärkte teilweise auf Allzeit hoch, Löhne auf Allzeit hoch, Jobangebote auf Allzeit hoch, Inflation so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Aber die Fed und die Regierung sagen, wir müssen Geld drucken. Da brauchen wir mehr von dieser Medizin. Und nach wie vor werden ja 40 Milliarden an Mortgage-backed Securities gekauft. Also das ist, da wird der Hausmarkt noch weiter stimuliert. Michael Guy jetzt sagt ja, die Fed ist nicht, es ist nicht so, dass die Fed eine Blase kreiert, sondern die Blase ist die Fed, finde ich einen ganz interessanten Punkt, dem man zustimmen kann. Aber wir haben natürlich keine Inflation, wie die Regierungssprecherin oder die weiße Haussprecherin Psaki sagt, okay, die Inflation, die spielt doch gar keine Rolle, weil es eh keine Güter mehr gibt, die man kaufen kann. Da ist was dran, Frau Psaki, da muss man sagen, da ist sie relativ nah dran. Und wir sehen hier die Bottlenecks, die Supply Chain Turmoils, die sind nicht besser geworden, die werden eher schlimmer. Und wann das zu Ende ist, das ist die große Frage. Ja, und dann nochmal kurz zu China. Interessanter Punkt heute, China will, dass der Gründer von Evergrande, das ist Xiu Jain, dass der also praktisch in die Haftung genommen wird mit seinem Privatvermögen. Aber noch wichtiger ist, dass Chinas Regulatoren die Firmen angewiesen haben, jetzt auf Teufel komm raus, nicht erstmal ausländische Gläubiger zu bezahlen. Eine schlechte Nachricht für eben diese ausländischen Gläubiger. Und Xi Jinping hat, by the way, jetzt gesagt, wir müssen also völlig neue Waffentechnologien entwickeln. Und das ist natürlich eine klare Ansage, das hat Xinhua gemeldet. Das dürfte auch mit dem Blick auf Taiwan sicherlich interessant sein. Und jetzt nochmal abschließend der Hinweis, meine Damen und Herren. Das ist kostenfrei. Melden Sie sich an, wie gesagt, dann kriegen Sie zugeschickt den Link, womit Sie das gucken können, an diesem 19. Ich zähle auf Sie. Das ist eine Geschichte, die sollten Sie nicht verpassen. Da sind wirklich interessante Leute dabei. Und dann eben auch der Hässliche, das bin ich. Sei es drum. Aber zum Beispiel der Christian Rieck, viele, viele andere sind dabei. Und der zweite Hinweis, den ich Ihnen noch geben will, unter dem Artikel auch verlinkt. Ebenso wie der Link eben zu dieser Geschichte. Wenn Sie sich jetzt schon anmelden, dann schadet das nicht. Selbst wenn Sie am Freitag, den 19. keine Zeit hätten. Sie können es dann ja eben nachher gucken. Also wer zuerst kommt, malt auch zuerst. Der Link unter dem Video. Und noch ein Hinweis, warum die Tesla-Aktie explodiert. Da versuche ich in einem Artikel plus einem Video von Spot Gamma zu erklären, was da eigentlich abläuft. Warum eine Aktie wie Tesla so stark explodieren kann. Jetzt wünsche ich erst mal einen wunderschönen Feierabend und Sonntags. Servus und ciao.